Musstest du schon einmal richtig für etwas bezahlen? Eine Entscheidung, für die du vielleicht dankbar warst und weißt, dass es die richtige war, aber die richtig was gekostet hat. Als ich früher noch als Verkäufer gearbeitet hatte, war ich immer dankbar, wenn jemand mich gefragt hat, was kostet das? Weil dann wusste ich, dass jemand wirklich darüber nachdenkt. Ist dir eigentlich bewusst, welchen Preis Millionen von Christen heute zahlen müssen, um Christen zu sein? Und denkst du, sie tun das leichtfertig? Um Nachfolge zu verstehen, mach dich Hashtag Bibelfit. Ich bin Markus Voss und hier machen wir drei Dinge. Wir versuchen, tiefer in die Bibel einzusteigen. Wir überlegen, wie du und ich Jesus im modernen Alltag nachfolgen können und wir beantworten taffe Fragen, die die Gesellschaft uns Christen stellt. Zu all dem gibt es dutzende kostenfreie Tools. Es gibt Hörbücher, Onlinekurse, Tageschallenges und praktische Alltagsgegenstände, die du dir auf der Website gratis mitnehmen kannst. Zur Transparent. Finanziert wird all das hier durch kleine monatliche Spenden von Menschen wie dir und mir aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und das ist sehr hilfreich, weil dieses Projekt hier langsam Fahrt aufnimmt. Und damit willkommen zur neuen Videoreihe über die sieben Sendschreiben der Offenbarung, wo wir uns in sieben Videos die sieben Sendschreiben der Offenbarung angucken. Jeden Freitagnachmittag eins. Dabei erkläre ich jedes Sendschreiben am Urtext so bibeltreu wie möglich und was du und ich daraus lernen können und praktisch umsetzen für unser Glaubensleben als Christen. Zum Hintergrund. Das finale und letzte Buch der Bibel ist die sogenannte Offenbarung. Die Offenbarung besteht aus zwei großen Teilen. Kapitel 1 bis 3 mit der Einleitung der Charakterisierung und diesen Sendschreiben und Kapitel 4 bis 22, die enthalten Prophezeiungen, die viel Bibelkenntnis voraussetzen. In ihnen geht es um die Zukunft, die letzten Jahre menschlicher Zivilisation, ein kommendes Friedensreich und das jüngste Gericht mit der Hölle und die Ewigkeit. Die Sendschreiben, das sind sieben kurze, prägnante Briefe, die der auferstandene Jesus diktiert. Sie sollen an christliche Gemeinden in der heutigen Türkei geschickt werden. Von den beiden Metropolen Ephesus und Pergamon bis hin zu den Nebenstädten. Fast jedes dieser Sendschreiben enthält, dass Jesus die jeweilige Gemeinde für etwas lobt, für etwas kritisiert und ihnen eine Aufgabe gibt. Es spricht historisch jetzt einiges dafür, dass diese Sendschreiben als tatsächliche Briefe an die Leiter der sieben Gemeinden übergeben und dort öffentlich verlesen wurden. Aber spannender ist, dass diese sieben Sendschreiben schnell und weit außerhalb der ursprünglichen sieben Gemeinden verteilt, regelmäßig gelesen und weiterverbreitet wurden. Das heißt, zusammen mit dem allgemeinen, tiefgründigen Charakter der Offenbarung legt das nahe, dass es unter der Oberfläche um einiges mehr geht als nur um Arbeitszeugnisse für türkische Frühkirchen. Im Laufe der Jahrhunderte gab es jetzt zahlreiche wertvolle und gute Auslegungen dieser Sendschreiben. Und auch wenn Details auseinander gehen, klar, sind viele kundige Exegeten sich darin einig, dass hier sieben verschiedene Gemeindementalitäten beschrieben werden. Vereinfacht gesagt, sieben Arten von Menschen, die sich selbst als Christen bezeichnen. Das heißt, Jesus hält uns beiden damit, mit unseren augenblicklichen Stärken, unseren Schwächen und woran wir einfach arbeiten sollten, einen immens wertvollen Spiegel vor, der dich und mich wachrütteln soll. Und insgesamt nimmt die Offenbarung kein Blatt vor den Mund. Und deshalb wollen du und ich uns beide beim Lesen und beim Hören von diesen sieben Sendschreiben ganz selbstkritisch fragen, was findet Jesus an deinem Glaubensleben gut? Ja, wo aber ist deine Beziehung zu Gott irgendwie angreifbar? Und worauf kannst du in diesen Wochen besonders den Fokus legen? Die Frage, die sich dir stellt, ist also, was für ein Sendschreiben-Typ bist du? Bevor wir starten, kannst du ganz kurz der Community hier mithelfen, dass solche christlichen Inhalte in sozialen Medien nicht verborgen werden. Bist du gerade auf Insta, dann doppeltipp doch mal rasch auf dein Handy. Und auf YouTube kannst du das Video gerne liken, aber indem du diese Glocke unter diesem Video drückst, kriegt YouTube ein Signal und zeigt auch nicht-christlichen Nutzern mehr christliche Inhalte an, die sie ansprechen können. Ist stark, oder? Deswegen, lass uns die Glocke gerne nutzen, solange wir können. Vielen Dank. Und damit sind wir beim heutigen Sendschreiben von Smyrna. Kurzer historischer Hintergrund, um das für dich anschaulicher zu machen. Weißt du, diese türkischen Gemeinden, diese sieben türkischen Gemeinden, der sieben Sendschreiben, sind verbunden durch ein Straßennetzwerk. Deshalb war es häufig möglich, in weniger als zwei Tagesreisen von A nach B zu kommen. Und Nachrichten konnten per Post, sozusagen per Fährt, noch viel, viel schneller von A nach B gelangen. Und das alles in der heutigen Türkei war damals sozusagen ein Bundesstaat im Römischen Reich, ganz vereinfacht ausgedrückt. Und er hieß die Provinz Asia. Deswegen nennt man diese Gegend von der Türkei heute noch manchmal Kleinasien. Die Stadt Smyrna war übrigens angeblich der Geburtsort von Homer, der die Ilias geschrieben hat, also zu den Eroberungen von der Stadt von Troja und die Odyssee geschrieben hat. Architektonisch und vom Design muss die Stadt Smyrna wirklich sehr, sehr schön und optisch ansehnlich gewesen sein. Gelegen war Smyrna auf einer Handelsstraße, die von Rom über Smyrna nach Persien bis hin nach Indien dich führen konnte. Smyrna war wirtschaftlich vielleicht nicht die Top-Metropole, aber immer noch sehr gut dabei, nur im Vergleich zu Pergamon und Ephesus. Naja, okay. Aber zwei Dinge, die waren bemerkenswert. Reguliert war die Stadt Smyrna durch Gilden. Das kennen manche von irgendwelchen Mittelaltersspielen oder vielleicht manche noch aus Geschichtsbüchern. Das ist ganz, ganz grob. Das ist jetzt nicht ganz korrekt. So ungefähr vergleichbar mit den allerfrühsten Gewerkschaften, die damals in Großbritannien entstanden sind. Das heißt, diese Gilden, die haben das Stadtleben und das wirtschaftliche Zusammenleben stark bestimmt. Du konntest also, übertrieben gesagt, keinen Finger heben, wenn eine Gilde nicht damit einverstanden war. Das hat häufig dazu geführt zu einer Art starken Vetternwirtschaft. Ähnlich wie das heute noch manchmal in den neuen Bundesländern üblich. Das bedeutet also, weil du damals in Smyrna aus irgendwelchen Gründen in Ungnade gefallen bist mit deiner Gilde, mit deiner Gewerkschaft, mit deiner Belegschaft, dann hattest du ein echtes Problem, in der Stadt Fuß zu finden oder wenn du dich etabliert hattest, das überhaupt zu behalten. Ein zweites Ding war bemerkenswert. Es gab eine Menge Wissenstransfer durch die ganzen Nachrichten, die aus dem Orient durchflossen, durch Smyrna Richtung Rom und wieder zurück. Das bedeutet, es gab Bibliotheken und Smyrna war damals sowas wie ein Zentrum von Wissenschaft und Medizin. Alles schön und gut, denkst du dir vielleicht, aber das muss ja alles irgendwo herkommen. Wer bezahlt denn das alles? Naja, die Antwort ist Rom, weißt du? Die Gunst von Rom, die Gunst des römischen Kaisers und des römischen Imperiums war für die Stadt Smyrna ganz, ganz wichtig. Sie hatten so eine kleine, aber heute würde man fast sagen fanatische Gruppe, die den Kaiser von Rom fanatisch verehrt hat und das auch religiös. Wieso eigentlich den Kaiser? Naja, du kannst in der heutigen Zeit ungefähr gucken nach Nordkorea, wo du Kim Jong-un hast oder seinen Vater Kim Jong-il, die zwar die absoluten Herrscher sind über Nordkorea, aber die auch verehrt werden, teilweise als Gottheiten. In manchen Schulbüchern, in nordkoreanischen Schulbüchern, lernen die Kinder, dass wenn sie nicht den Kim Jong-un oder Kim Jong-il anbeten, dann geht zum Beispiel die Sonne nicht auf. Und ähnlich fanatisch haben sich damals manche Leute darauf versessen, dass der Kaiser von Rom absolut angebetet werden soll. Was immer es jetzt war, ob es das Geld war, ob es die kulturellen Einflüsse waren oder ob man wirklich nur aus politischen Gründen dem Kaiser andienen wollte, jedenfalls feststeht, die damals hatten keinen Nerv für Christen. Gar nicht. Hast du schon mal was gehört von Polycarp von Smyrna? Ja, Polycarp von Smyrna ist ein wichtiger Zeitzeuge für die frühe christliche Geschichte, weil er wahrscheinlich der Assistent von einem der wichtigen Apostel war. Deshalb wurde er später auch häufig um Rat gefragt, wenn man wissen wollte, ob dieses oder jenes jetzt der reinen Lehre entsprochen hat oder nicht. Jedenfalls wollte dieser Polycarp damals einfach nicht dem Kaiser opfern. Und dafür, als Strafe dafür, wurde er im Zirkus bei lebendigem Leib geröstet. Und als er dann immer noch nicht tot war, sondern immer noch bei Bewusstsein war, nachdem man ihn angebrannt hat, dann hat man ihn erstochen. Das heißt, du siehst schon, gelinde gesagt, mit den Bewohnern und Oberen und den Stadtbestimmern über die Stadt Smyrna ist nicht gut Kirschen essen. Wofür werden die Christen in Smyrna jetzt gelobt? Naja, Jesus diktiert ihnen, er sagt, ich kenne deine Taten. Ich kenne deine Taten. Das heißt, da muss irgendeine Form von sichtbaren Taten, die müssen da gewesen sein, wo man sehen kann, okay, da sind Leute, die engagieren sich, die versuchen, in der irdischen Welt Gutes zu tun. Zum Beispiel soziales Engagement, den Armen helfen, Bildungseinrichtungen, Pflegeeinrichtungen, ähnliches, finanzielle Unterstützung. Das sind gute Taten. Und die kennt Jesus und die sieht Jesus und die lobt Jesus. Dann sagt er weiter, ich kenne deine Drangsal, ich kenne deine Bedrängung. Das heißt, da muss irgendeine Form von Bedrängung jetzt schon da sein. Das ist ja später komplett eskaliert in Smyrna. Aber damals müssen die Anfänge in den 90er Jahren auf jeden Fall schon sichtbar gewesen sein. Und Jesus sagt, ich kenne deine Armut. Ich kenne deine Armut. Du bist aber reich. Und woher du Armut kam? Ich glaube, das kannst du dir ganz einfach zusammenreimen. Wenn du einfach Christ warst und die damals in den Gilden nicht so gut auf Christen und Außenseiter zu sprechen waren, dann haben sie dich nicht mitspielen lassen. Und was das bedeutet, so eine Art Wirtschaftsboykott, Ich glaube, das kann sich jeder von uns hier im Jahr 2021 vorstellen, wenn du als Selbstständiger nicht deiner Tätigkeit nachgehen kannst. Da brauchst du keine große Fantasie. Naja, Jesus sagt jedenfalls, ich kenne all diese Sachen. Ich kenne deine Werke, dass du dich engagierst, trotz der Armut, trotz der Bedrängung, trotz des Mobbings und trotz allem, was du an Ungerechtigkeiten und Widrigkeiten erfahren musst. Ich kenne auch deine Armut. Du bist aber reich. Du bist aber reich. Das heißt, die Christen in Smyrna, die verleugnen ihren Glauben nicht, auch nicht in Bedrängnis. Und dann sagt Jesus weiter, ich kenne die Lästerungen. Das heißt, es gibt Beschimpfungen, es gibt Beschmähungen. Es geht nicht einfach nur darum, dass hinter dem Rücken von irgendjemand getratscht wird, sondern da wird ganz, ganz offen Politik gemacht gegen Christen. Es wird noch ein bisschen präzisiert, wo es heißt, ich kenne die Lästerungen von denen, die sagen, sie wären Juden und sind es nicht. Nicht, also ähnlich wie in allen Religionen, besonders im Christentum, dass Leute sich einfach so nennen, aber mit dem Herzen und dem Alltag ganz woanders sind. Sondern, heißt es dort weiter, sie sind eine Versammlung des Satans. In deiner Übersetzung kann vielleicht noch drinstehen, Synagoge des Satans. Da wäre ich mir jetzt als Bibelübersetzer nicht sicher, ob das die perfekte Übersetzung ist, weil Synagoge ist ja griechisch und bedeutet die Versammlung. Von daher, lass mal das mal dahingestellt. Was könnte das jetzt bedeuten? Naja, pass auf, auf das Wesen des Satans. Da gehen wir heute nicht drauf ein, sondern einem der nächsten Videos. Also drück gerne diese schöne Glocke, dann wird dir das Video über den Satan auch angezeigt. Um es ganz kurz zu machen, zwei Gedankenanstöße dazu. Die Versammlung des Satans, ja, bedeutet also, wenn Menschen bewusst sich dem Evangelium entgegenstellen, das bedeutet also, wenn Menschen bewusst das Gegenteil von dem tun, worum es im Christentum geht. Entweder zum Beispiel, das sind so die, die zwei ganz großen Heresien, ja, im Christentum. Entweder, dass man aus Jesus nur einen Menschen machen möchte, also ihm seine Gottheit abspricht. Das funktioniert nicht. Oder aber, indem man Werkgerechtigkeit einbaut. Nach dem Motto, ja, du kannst gerettet werden, aber du brauchst Jesus plus irgendwas, was du tust. Und wenn du das, was du tun könntest, wenn dir das fehlt, dann kannst du halt nicht in den Himmel kommen. Das ist in gewisser Weise so eine Art Selbsterlösung, ja, das ist ja der Unterschied vom Christentum zu so ziemlich allen Weltreligionen, die es überhaupt gibt, ja. In den großen Weltreligionen geht es immer darum, wie ein Mensch sich selber erlösen kann, zu Gott kommen kann, ins Jenseits, ins Nirwana eingehen. Was musst du tun, was kann ich tun, welcher Weg führt er hin und so weiter. Im Christentum geht es ja im Kern darum, dass du selbst nichts dafür tun kannst, sondern dass Gott das schon getan hat und es eigentlich an dir nur noch liegt, das anzunehmen, ja. Weil wenn ich diesen Glauben habe an Selbsterlösung, dann bedeutet es ja, dass der Mensch in diesem Glauben an Selbsterlösung die Illusion hat, dass wir selbst entscheiden könnten über unser ewiges Schicksal. Das aber, macht Jesus sehr deutlich, kann nur Gott sein. Das heißt, in dieser Werkgerechtigkeit geht es am Ende des Tages darum, dass wir uns ein Stück weit zu Gott machen. Beides aber, beides hat eine gemeinsame Einflugschneise, nämlich, dass wir einfach denken, wir können mit den heiligen Schriften machen, was immer wir wollen, ja. Wir können ihnen Dinge hinzufügen, wie wir wollen, wir können ihnen zum Beispiel den Wachtum hinzufügen, wir können ihnen das Buch Mormon hinzufügen, wir können ihnen zum Beispiel kirchliche Tradition hinzufügen. Oder wir denken, wir können ihnen etwas wegnehmen, ja. Das ist ja im liberalen Christentum ein ganz großes Problem, dass wenn überhaupt nur die Hälfte der Bibel überhaupt als gültig gesehen wird. Oder wir sagen, das und das ist übertragen gemeint und so weiter und so fort. Alles davon hat den gleichen Effekt, nämlich, dass entkräftet die heiligen Schriften. Und das, das führt auf Abwägen und das führt zu Heresien. Bevor wir zu dem kommen, was Jesus diesen Christen mit großem Nachdruck rät, ja, um bei all dem den Überblick zu behalten und tiefer einzusteigen, kannst du dir sehr gern diese schöne Übersicht über die sieben Sendschreiben der Offenbarung gratis mitnehmen. Da findest du eine kurze, einfache Erklärung der Offenbarung und eine Übersicht über alle sieben Sendschreiben. Das kannst du gern für deinen Hauskreis mitnehmen, für Jugendstunden, Katechismus, Konfirmanden und Religionsunterricht. Dank der Hilfe aller Menschen, die hier mitspenden, vielen Dank, konnte ich diese Übersicht erstellen und kann sie jetzt öffentlich und vor allem kostenfrei verschenken. Also nimmst du gern mit, über den Link unter diesem Video, solange es geht. Wofür wird die Gemeinde in Smyrna jetzt kritisiert? Nichts. Nichts, gar nichts. Es gibt keine Kritik. Weißt du, zusammen mit Philadelphia ist Smyrna die einzige Gemeinde, der sieben Sendschreiben, die einzige Art von Christ, wenn du so willst, die nicht kritisiert wird. Weißt du warum? Weil sie verfolgt wird. Ist das sozusagen die Belohnung dafür, wenn du als Christ verfolgt wirst, wirst du nicht kritisiert? Nee, sondern die Verfolgung, die bringt nur ans Tageslicht, wie fokussiert die Christen in Smyrna sind. Und warum? Weil eine verfolgte Gemeinde wird immer eine reine Gemeinde sein. Warum? Weil du nur Leute dabei hast, die wissen, worum es geht und warum sie dabei sind und warum sie sich darauf einlassen. Und Christenverfolgung ist etwas, das jetzt, gerade, heute Abend stattfindet, überall auf der Welt. Weißt du, ein Bericht, der auf das britische Außenministerium zurückgeht, der bezeichnet das Ausmaß der weltweiten Christenverfolgung inzwischen als genozidartig. Und er hält fest, dass nach absoluten Zahlen Christen die meistverfolgte Religionsgemeinschaft weltweit sind. Jetzt im 21. Jahrhundert. Falls du mehr für dieses extrem wichtige Thema wissen willst, ja, dann würde ich dir mit großem Nachdruck empfehlen, den Kanälen von Open Doors zu folgen. Open Doors auf Instagram, auf YouTube. Die haben einen sehr, sehr guten Newsletter. Die haben auch eine Website. Die bringen auch regelmäßig kostenfreie Materialien raus. Ich mache jetzt einfach unbezahlte Werbung für die, kann ich dir nur mit ganz großem Nachdruck empfehlen. Schau dir das an, was Open Doors zu bieten hat, ja. Und glaubst du nämlich, dass jemand leichtfertig Christ wird, wenn ihm so etwas droht, solche großen Verfolgungswellen? Ein Kontrast dazu nämlich in Deutschland. Weißt du, als es in Deutschland Anfang 2020 losging mit der ersten Welle und Lockdown und so weiter, hat diese erste Welle in Deutschland neben vielen anderen Dingen diese Probleme von vielen Christen in Deutschland wie in einem Brennglas offengelegt. Weißt du, viele Kirchen, viele Gemeinden, die waren ja vollkommen und heillos überfordert damit, auf einmal digitalisieren zu müssen. Aber mehr noch, unter vielen Predigern in sehr vielen Gemeinden hat sich eine echte Angst breit gemacht, weil sie gemerkt haben, dass häufig mehr als 80 Prozent von allem, was sie das ganze Jahr über tun und was das eher das Drumherum ist ums Christentum, worum es gar nicht im Kern geht. Dieses ganze Drumherum lässt sich ja gar nicht digitalisieren. Und sie haben gefürchtet, dass ihnen ihre Gemeinden wegbrechen. Und genau das ist ja häufig passiert. Ja, weißt du, es ist ja nicht nur so, dass viele von den Ersatzangeboten, dass die spärlich angenommen wurden, sondern noch viel aussagekräftiger. Selbst nach der ersten Welle ist es ja so, dass viele Gemeinden bis jetzt, bis heute, vierte Welle, brach liegen. Ja, das hat sich nicht erholt. Was meine ich mit dem Drumherum? Weißt du, in einer Untersuchung über Mitglieder von Gemeindekirchenräten, das sind sowas wie Älteste bloß im landeskirchlichen Kontext, haben sie gesagt, dass das Soziale, das ist für sie die wichtigste inhaltliche Dimension der Gemeindearbeit, das Soziale. Das ist doch spannend, oder? Das heißt, sie haben gesagt, das Soziale ist das Wichtigste, worum es im Christentum geht. Komisch, ja? Weniger als einer von sieben Mitgliedern von Leitungsgremien interessiert sich für religiöse Bekenntnisse oder sogar davon, anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Und das wirklich Traurige, wenn ich eine anschließende Kritik äußern darf, ist, nach meiner Wahrnehmung, was viele große Kirchen in den letzten zwei Jahren gemacht haben, war, dass sie versucht haben, Menschen für sich zu gewinnen um jeden Preis, indem sie dem Zeitgeist nachgefolgt sind, große politische Strömungen versucht haben, in sich aufzunehmen oder denen nachzulaufen. Das hat ja nachweislich noch nicht mal funktioniert. Viele große Kirchen möchten gern die Anerkennung der Welt haben. Sie sind sehr stark auf Menschenliebe fokussiert. Aber das Traurige ist, selbst das schlägt ja nach hinten um, weißt du? Also, weltweit nimmt die absolute Zahl der Christen jedes Jahr zu. Nur bei uns in Westeuropa nicht. Bei uns in Deutschland, da schrumpft sie sogar, ja? Global gesehen, da ecken Christen an. Und die christliche Botschaft, die ist unbeliebt. Und Christen werden verfolgt. Und hier in Deutschland ist die Kirche nicht nur akzeptiert, sondern sie ist gesellschaftlich aufgesaugt und sie wird sogar staatlich gefördert. Hier in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, Wir haben so gut wie alle Freiheiten und Gelder und Möglichkeiten, um das Evangelium zu verkünden. Und trotzdem sind unsere Kirchen leer. Und seit Jahren, Welle 1, Welle 4, hin oder her, haben wir mehr Austritte als Eintritte. Und schon vor Corona war das so, weniger als einer von 25, weniger als einer von 25 evangelischen Kirchenmitgliedern besucht regelmäßig Gottesdienste. Und von Leuten in meinem Alter, unter 35, ist es weniger als einer von 100 evangelischen Kirchenmitgliedern, die regelmäßig Gottesdienste in ihrer eigenen Gemeinde oder andere Gemeinden besuchen. Das sagt alles, weißt du? Um mehr über die Situation von Christen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu erfahren, habe ich da auf diesem Kanal eine eigene Videoreihe. Drück gerne diese Glocke, dann wird dir das auch angezeigt. Welchen Auftrag gibt Jesus jetzt der Gemeinde in Smyrna? Er sagt zunächst einmal, fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Fürchte nichts, hab keine Angst, ich bin bei dir. Ja, es gibt unangenehme Dinge, die auf dich zukommen, aber du hast in der Hand, ob du die außerdem mit Furcht belegen willst oder nicht. Und Jesus sagt ja ganz deutlich, fürchtet euch nicht vor Menschen, die nichts tun können, als eurem Körper etwas anhaben. Fürchtet euch vor Gott. Gottes Furcht statt Menschenfurcht. Gottes Liebe statt Menschenliebe. Fürchtet euch vor Gott, der auch die Fähigkeit und die Macht hat, Körper und Seele in die Hölle zu werfen. Jesus sagt, fürchtet euch nicht vor dem, was ihr erleiden werdet. Das heißt, es wird noch schlimmer werden, was sie jetzt gerade erleiden. Und aus säkularen historischen Büchern wissen wir, dass das tatsächlich passiert ist. Er sagt, siehe der Teufel, wie gesagt, auf den Teufel gehen wir nächstes Jahr ganz in Ruhe ein. Der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen. Und Gefängnisse damals, müsste man jetzt prüfen, ob das in Smyrna großartig anders war. Ich tippe mal auf nicht. Gefängnisse damals im Ende des ersten Jahrhunderts waren in der Regel nicht wie heute. Klimatisiert, zwei, drei Mahlzeiten am Tag und ähnliches. Gar nicht, sondern Gefängnisse damals waren wie so eine Art Todeszelle. Das war nicht irgendwie untersuchungshaft. Das war eigentlich, wenn du ins Gefängnis reingegangen bist, bist du da eigentlich reingegangen, um zu sterben. Du hattest keine lange Lebenserwartung und die wenigsten Menschen, die in Gefängnissen waren, sind wirklich dann auch wieder heil und lebendig rausgekommen. Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Könnte das bedeuten, dass das eine Möglichkeit ist, um rauszufinden, wer wirklich zu Jesus gehört und wer nicht? Ich weiß es nicht. Steht nur dort. Und dort werdet ihr Drangsal haben, zehn Tage lang. Jesus sagt zum Abschluss, sei getreu bis in den Tod. Dann will ich dir die Krone des Lebens geben. Sei getreu. Das heißt, das Motto an die Christen in Smyrna bedeutet, halte durch. Auch wenn du jetzt vielleicht gerade an deinem Arbeitsplatz, in der Schule, in der Uni, wenn du Diskriminierungen erlebst. Wir wollen überhaupt nicht von Verfolgung oder Ähnlichem sprechen, aber benachteiligt wirst und einfach merkst, dass bestimmte Dinge sozial schwierig sind oder teilweise ausgegrenzt wird. Wenn du jetzt Mobbing erleben musst, Lästereien, glaube ich, können eine Menge Leute hier, ich eingeschlossen, eine Menge Geschichten zu erzählen, halt durch. Christ sein, das ist keine Harok-Aktion. Das ist nicht ein Aktionismus, wo du dich irgendwie dann ausbrennst oder Ähnliches, sondern Christ sein ist etwas, eine Lebenshaltung, wo es darum geht, dass du dich da dauerhaft einrichtest. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!